Musik So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Bioshock Infinity mit meinem kleinen Kumpel. So, wir hatten jetzt zuletzt hier diese Gegend etwas mal, ich würde sagen, freigeräumt. Gegner wollen jetzt auch nicht so der Birmer. Von daher sind wir jetzt in The Bull House verwahrt, oder? Polizeihaus, sollte es wahrscheinlich heißen. Deutsche Übersetzung, das Bull House, das Polizeihaus. Okay, so, wir müssen jetzt immer noch diese Maschinen finden für den Mr. Linn. Aber hier sieht es irgendwie nach Überfall und Coagy aus, also zumindest nicht mehr so ganz gesund. So, was haben wir hier? Oh, jetzt haben wir wieder Lockpick und haben wir wieder was zum Angucken. Fritz Roy spottet. Okay. Die Randale-Führerin, der Fritz Roy spottet, weiß doch gar nicht was. Achso. Hui, wie schön über die Dinger. Okay. Wie theatralisch. Achso. Gut, also hat ihr Ende vorgesehen, das ist ja schon mal was. Okay, also die Waffe will ich nicht nennen. Habe eine gute Waffe, brauche ich keine andere Waffe. So, haben wir hier irgendwas, hier ist auch nichts. Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein. Deckung. Blatsch. Danke. Blam, blam, blam. Genau, nochmal. Bing. Und, warst du das, Hätte? Ne, da hätten wir es mal jemanden. Ne, wo bist du? Wo schießt denn der Hätte? Oh, da ist Salz. Blatsch. Oh, ein Telefonanruf. Ja, wunderbar brächtig. Ja. 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 Nein. Nein. Was will ich machen? Nein. Nein. Bitte. Okay, ich gucke mal, was ich machen lässt. Klieb dich. Tschüss. Wer macht das noch? Tschüss. Tschüss. So, da bin ich wieder. Nach dem, äh, Telefonat. Klammer hat's ne, schönen Side Spin gemacht. Ja, das hab ich aber schon. Ne, muss ne noch leiden, ne. Das ist für dich gänzlich gegessen. Petriat? Oh, hinten. Von der Terrier. Ah, schön im Rücken schieben, ne. Oh, la Woche kaputt. So Petriat. So, ich will sagen, also mit diesen Elektroschockern, das ist schon ne lustige Sache. Und das ist ja hier. Und das haben wir jetzt hier. Ach, ne Geldlinge, ne, brauche ich aber nicht. Nö. Will ich nicht. Will ich nicht. Ist da Geld drin? Mann, nee. Oh, ja. Wirkt sich einer. Schön für die Kohle, ja. Ja, man muss ja sehen, wie man kommt hier. Man hat ja, kriegt ja hier nichts geschenkt in dem Spiel. Im Gegenteil, es gibt noch weniger als was man haben will eigentlich. So. Ja. Ne, bringst du nicht. Was denkt denn das nicht eigentlich? Kommt die Haare? Ey, brechst du. Ach, ja. Siehst du, und was hat sie gebracht? Ein Scheißdreck. So, cool. Der Geist. Danke. Ja. So, sind wir jetzt hier in den Umkleid. Leidekabinen der Polizeiwache. Toiletten, Umkleider, alles leiden. Und die Duschen. Dann können wir uns auch schon mal duschen gehen. Hallo, darf ich jetzt nicht mal in Ruhe duschen oder was? Ohne, dass ihr mir hier auf den Sack geht. Könnt man eigentlich so eine Polizei-Uniform erziehen. Oh, du hast keine Chance. Ja, ja, das erzählt mir. Habt ihr deine Freunde ursprünglich erzählt, dass ich keine Chance hab? Und genau das gleiche ist bei dem auch passiert. Guck. Ah, das mit dem Geist ist mir neu. Das ist das, das auftaucht. Na gut. Muss ich jetzt überhaupt ziehen? Da runter? Da können wir uns schon mal hier oben weitersuchen. So, was haben wir denn hier? Nix, nix, nix. Und noch mehr nix. Schön. Da haben wir eine Schreibmaschine. Da haben wir einen Stisch. Tja. Oh, sind die... Ach so. Rauch. Hat aber noch nicht aufgerucht hier wieder. So ruhen die eigentlich immer alles. Zigarren. Nee, den Dings will ich jetzt auch nicht haben hier, die Knache. Oh. Oh. Schön, ne? Wupp. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ob das die Kiste war? Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet es mit Fitzroy's Leuten, einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Ach so, das war's, dass das hier... Wenn das rauskommt... Gut, dann war das, dass die Kiste mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben. Sehr interessant. So. Ah ja. Da sind wir jetzt hier in die Waffenkammer. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, da ist gleich noch eins drin. Cool. Das ist immer richtig nett. Bitteschön. Ich habe zwei auf den Schlag von einem. Das ist... Most interesting. So, Stiefel. Newtowns Gesetze. Beim Landen einer Skyline werden Feinde in der Nähe zurückgestoßen. Brauche ich nicht. Den Ruhm... Oh. Und da würde ich sagen, machen wir wieder das Schild. Kling. Wunderprächtig. Tja. Was haben wir hier? Und das jetzt? Panzerfaust. Und da scheinen wir schon voll zu haben. Okay. Steht hier. Protestant New Range. Okay. Ist eigentlich auch übersetzt. Schutz für unsere Rasse. Okay. Schutz für unsere Rasse. Ist ja nicht so, dass wir rassistisch sind, aber... Ein bisschen rassistisch sind wir schon. So. Gucken wir mal hier. Noch nein. In diesen... Was ist das hier? Schutz? Fade. Das heißt auch... Oh. Warte mal. Jetzt bleibst du stehen. Endlich mal der Ausblick ins Tilko-T... Na hallo. Oh. Was hat das mitgekriegt? Ich bin aber auch ein Lustling. Oh. Wieder ein... Fertiger Döns. Abends haben sie sich oft heftig gestatten. Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Lärin blieb ich zu lange. Als ich im Comstockhaus anfing, rief man mich Küchenmarkt. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Okay. Also hat sie anscheinend Comstocks Frau nicht... Dann kriegen wir unser Luftschiff. Hm. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Tragen wir jetzt alles, oder wie? Kling. Hat aber lange genug gedauert. Uns. Genau. Sie kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. So. Oh, da blinkt auch irgendwas. Ähm, ja. Das sind schon die Kakerlacken. Können wir die Kakerlacken nicht durchzutreten? Nee, kann man nicht. Okay. Das sind Ewigkeits-Kakerlacken. Ah. Ah. Hä? Okay. Okay. Uh, Geld, 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 Geld. Geld für die Welt. Geld für die Welt. So. Das ist ein Zuhause-Schrank. Was ist das? Okay. Schöne wieder. Ja, das sagtest du bereits. Also. Wenn du wüsstest, was ich alles tun will. Ah, ah, ah. Ob die im Bett genauso ist? Okay. Und wieder mal stehen wir vor einem riesen... ...riesen Waffenlauer. In was? Oh. Irgendwie klingt das aber hier nicht ganz so gesund. Dresden 45 lässt grüßen, hier. Okay. Ich glaube, wir sind schon bei der... ...Nahrertrevolution. Oh, hier liegt was. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Okay. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Jetzt sagen wir, befreien die mal alle wieder aus hier. Was ist hier los? Warned, Daisy Fitzroy. 30.000. Hier los. Singt ihr, wachs, wachs. Alter, was war denn das jetzt? Bitteschön. Okay. Klar, der ist nicht nochmal Geld drinne. Was ist denn das jetzt hier perverses? Ist da noch irgendwas Neues drinne jetzt? Nicht? Gut. So, mal gucken, ob hier oben noch irgendeiner lebt, der... Ne? Gut. Wachs. Wachs. So, hier ist die Dusche. Hier ist das Waschraum. Ne. Ist auch keiner, der sich seines Lebens quält. Was ist denn hier draußen los? Bitteschön. Wanted von Anarchist. Death or Life. Yeah. Na, da wollen wir. Ja. Nicht. Ne. So. Salz brauche ich auch nicht. Dann laufen wir mal hier rein. Was ist denn da jetzt los? Also, was liegt denn hier rum? Okay. Ja, das Ding möchte man ja also sagen. Also, ja, die Vorwahrstelle will ich mal verlassen. Okay. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach, der Irge, leider. Was ist denn hier los, bitteschön, eigentlich? Ach so, vielleicht ist er deine Verbündete nicht. Tschöne! Ich hab, wo bin der? Wie cool ist das denn? Aaaaah! Okay. Aber, jetzt ist er noch, der abends schießt. Jep, jep, danke. So! Platsch, der Kopf vorweg. Ja. Dann hüpfen wir einfach mal hier rüber. Dann schauen uns die ganze Sache mal... Oh cool. Ja, das ist mal eine schwache Leistung an Schatten. Aber egal. So. Das ist lecker. Nee, du bist... Jajaja. Junge, ein ganz... ...schlechten Dach. Na, der ist komm her. Ja, ja. So, der stößt noch mal mit. Und... Oh! Schönenjagd! Mein Fehler! Kommt mir nicht noch mal vor. Okay. Sorry, war mein Fehler grade. Das ist eh... Naja, das will mal vorkommen. Naja, komm, stopp! Ob die mir das jetzt übel nimmt, dass ich die auszusehen mal... Haha, die eigenen Leute so bissl... Naja, furscht. Ich denke mal, das hat keiner mitgekriegt, dass ich... Ob nicht das Wort, die das Wort oder... Hups! Tschuldigung! Hups! Schönen wir uns die Kleine! Danke! Gott! Das Gesinge! Wollen sich doch gerne antun hier! Habe ich das grad die alte so abgeknüpfen. Naja... Ich muss ja auch an die GEMA denken, also... Die hat gerne die GEMA bezahlt, von daher... Ja... Was? Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat! In dieser Welt! Ich kann ihn ja schießen! Stoll! Cool! Morkur of the Revolution! Ich... Schleit und ich... Branden die Hall of Heroes nieder! Was? Hä? Ich... Hab zwei Erinnerungen an dieselbe Sache! Wurka, komm zurück! Wir finden Daisy Fitzroy! Und wir verschwinden von hier, mit der First Lady! Los! Los, komm! Also haben sie die jetzt einfach grad hingerichtet! Entschuldigung! Mach keine Leute nicht! Leiden die irgendwelche anderen Leute hinrichten! Ach, ja! Kannst du mich jetzt ein oder was, hä? Ich bin Booker the Wind! Mich hast du nicht anzugreifen, du Pisser! Super! So! Auch hingerichtet! Okay! Ach, na das, na? Da richten sie alle hin! Ja, das ist... Da sind sie eiskalt bei sowas! So! Mox! 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 Guckuck! Richtig! Okay! schönes Lied Hey! Cheese! Wo hab ich das genommen eigentlich? Achso, Autolock. Okay. Ach, hier hat euch alle schon mal getötet. Ich liebe dich auch. Wo ist denn dieses nervige Radio? Okay. Hier haben wir noch eins, Autolock. Oh, Pugodolet. Boah! Sie wollen euch vom Wesentlichen ablenken. Von den wahren Problemen. Schon hat man sie fortgebracht, als man von meiner Ankunft erfuhr. Ein alter Freund sagte mir, Kumpstock hat sie in seine Festung verlegt. Bei den Einzelkämpfer ist der Job, damit kaum mehr zu stimmen. Also der Wit. Was jetzt? Man, was ist denn das für nerviges Radio? Ihr seid alle so auf die Uhr fixiert, dass ihr nicht merkt, was die Stunde geschlagen hat. Wo ist denn dieses elende, nervende, tödliche Radio hier? Das geht mir mal so richtig auf dem Zeiger. So, jetzt gucken wir mal, ob der Kleine noch hier unten sitzt. Und der sitzt immer noch hier. Guck an, der will sitzt auch hier. Der ist ja ohne Bech. So, dann haben wir das. Können aber mal gucken. Vielleicht haben wir ja jetzt was Neues, was wir kaufen können. Und die sind Automaten, die meistens nichts haben. Munitions für Karabiner. Ja, mal aufladen wieder. Okay, der Rest ist noch voll. Wunderschön, wunderschön. Immer noch den gleichen Rums. Haben wir hier irgendwas Neues? Nö, nein. Ach, nö. Nein, nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Danke fürs Gespräch. Durcherst ne gewisse Anzahl Kurven, damit ihr mal was Neues kommt oder wie. So. Dann checken wir mal hier oben die Lage. So, hier wollen wir ja schon überall. Aha. Gesundheit aufgeladen. Uh, ja. Uh, ja, 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 ja. Lückt sich an. Ach, jetzt sind wir hier wieder beim Fahrstuhl angegangen. Ja, da wollen wir mal. Den Knopf drücken. Ja, mich nicht verlassen, den Bereich. So, und was uns hier dann noch erwartet. Das dann im nächsten Part. Ciao.